So, du gehst hoffentlich da weiter und wir könnten noch mal gucken, wie wir jetzt gefüllt sind eigentlich. Wir finden doch dann auch noch so viel Rot. Das Violett kannst du noch mal rausnehmen. Das braucht jetzt hier kein Mensch. Das kannst du jetzt eigentlich auch noch mal rausnehmen. Du hast nicht genügend Farbe in dir. Wenn du die Kammer verlässt, wirst du sterben. So. Blau, das ist schon nice. Oh, der Zyklus ändert sich gleich. Dann lass uns die noch mal schnell speichern, vorsichtshalber, bevor das irgendwie ein Kackzyklus ist. Ja, wir kommen auch gar nicht mehr rein. Naja, im Grunde muss ja mein Zeug noch da sein. Oben muss jetzt wieder was entstanden sein sogar. Das ist da. Da ist jetzt beim Pangolin was drin. Genau, das ist ja eh wieder unser Zeug. Wo ist denn das Violett von dem? Da ist jetzt Silber. Okay, aber kein Violett mehr drin. Das ist ja noch... Das passt ja noch alles. Genau. Außer, dass da jetzt Farbe reingekommen ist. Das freut mich. Gehe ich eh nicht hin. Äh, spiel laden. Dann nehmen wir den Autosave hoch rein. So, hier rein. Achso, ich wollte mal kurz den Dings beenden eigentlich, ne? Ja, dann mine ich hier schon noch mal schnell ab. Ich hoffe, hier ist keine Action los. Ach, das war ja hier. Ups. Wo hatte ich denn? Hatte ich hier Minen aufgemacht? Weg hier. Lass mich mal anders füllen, schnell. Ach, rot habe ich ja schon. Genau. Passt ja alles. So, und zeig mal an, welche Farbe nehme ich jetzt? Ja, häng nicht rum. Hallo? 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 Danke. Was wähle ich aus? Violett wahrscheinlich am besten. Das war ja das, was ich eigentlich nicht wirklich brauchte. Ja. Wo habe ich denn hier Minen geöffnet? Oder wo ist denn hier die Farbe? Da unten. Das sind so Farbbatzen. Ach, blau war das ja. Uh. Hier sollst du nicht hängen. Blau und Gold war das ja. Oh, das sind so trollige Farbbatzen-Dinger. Aber da ist doch grün unten. Oh. Da habe ich ja eigentlich gar keinen Nerv drauf. Oh, da unten halt. Bis ich da bin, ist es doch längst weg. Und warum ist das grün? Hier soll doch blau und gold drin sein. Oder, ah, da ist das. Das ist eine Mine. Das sind Minen, die erschlossen werden müssen. Da sieht er gerade aus. Das ist die goldene. Nur, wo ist die blaue wieder? Oh. Okay, ich kann ja von hier irgendwo schießen. Oder schieße ich dann gegen die Wand? Und ich habe Angst wegen den Flatterviechern. Wie war das nochmal? Ich weiß nicht mehr, wie ich, ähm, Blüfen. Mit welcher muss ich zu er... Freilegen. Und dann das da. Ja, okay. Ja, versuchen wir es halt mal, sonst... Ja, häng nicht. Sonst muss ich halt nochmal reinladen. Ja, rot haben wir eigentlich auch noch genug, ne? Dann legen wir hier mal... Wo ist das jetzt gewesen? Da. Ich stelle es mal ein bisschen höher ein. Ja, das hat schon mal... Oh, wunderbar geklappt. Ich versuche es einfach nochmal. Ich weiß nicht, ich hätte es höher einstellen müssen, ne? Ja, ich schieße immer gegen das gleiche Stil. Der fliegt einfach mal vorbei. Das ist schön. Wo wären hier die anderen? Ach, wo würde ich die einfach nochmal raus? Und kack drauf. Da ist die Trollfarbe. Weil die blaue hätte ich halt schon gerne, ne? Ich habe jetzt auch keinen Bock hier auf ewige Minensucherei. Weil die sieht man auch echt nur noch so schlecht. Das habe ich vorher mit meinem kleinen alten Creepy-Laptop habe ich das besser gesehen. Aber ich meine, jetzt bin ich hier hingegangen. Da hinten war das da hinten? Sieht ja gerade aus. Da vorne rechts. Ne, da pulsiert aber nicht. Man sieht es so schlecht. Ob da noch blau. Hier ist ja alles andere auch blau. Also ich sehe sie nicht. Vielleicht seht ihr sie ja. Dann könntet ihr mir das sagen, wo sie denn sein sollte. Da ist die Goldene, ja die sehe ich. Wahrscheinlich ist sie da unten irgendwo. Wo ist die Treufarbe? Dort. Hm. Ich weiß nicht. Ich lade jetzt nochmal rein. Ach, da sind wir dann da auf dem Weg. Hm. Blau. Aber hier wird auch grün gar nicht angezeigt. Ist das die Treufarbe dann doch vielleicht das blaue? Hier ist doch keins mal drauf. Das war doch grün, oder nicht? Ich lade nochmal bitte rein. Hm. Komisch. Wahrscheinlich ist die Mie jetzt sogar woanders. Weil jetzt habe ich ja neu reingeladen wieder. Ist vielleicht gar nicht schlecht. Ich möchte die gerne hier irgendwo in der Nähe haben. Ja, da hinten ist sie glaube ich nicht mehr. Vielleicht ist ja doch eine blaue Mine jetzt und jetzt sehen wir sie irgendwo. Wo ist denn die Trollfarbe? Hm. Da unten. Das ist doch grün. Ich weiß gar nicht, wie das blau sein kann. Da muss hier noch eine blaue Mine irgendwo sein. So, wo ist jetzt die goldene Mine eigentlich? Wo ist sie denn? Ich... Was? Da? Nein. Voll viel Zeit, aufgehaltene Scheiße, für nichts und wieder nichts. Hm. Ich lad gleich nochmal rein. Trollfarbe ist ich auch nicht. Ja komm, ich wollte ja eh nochmal jemand anrufen. Ich beende hier kurz mal die Aufnahme. Und wir hören uns gleich aber nochmal wieder. Oder auch nicht. Oder wie auch immer. Tschüssi, Kowski. Herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Wir wandern hier gerade jetzt zum Garten. Ich habe jetzt offscreen einige Zeit da vorne rum gemacht. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr. Oh Gott, hier ist bestimmt was drin. Oh, gleich Farbe auswählen. Ich habe sogar Verteidigung und Dings drin. Hüpfen. Okay, es scheinen nur die zu sein. Aber lass uns schon mal... Äh, nein. Ich sehe ihn noch nicht, aber... Er ist da. Willst du mich verarschen? Ist jetzt... Er ist immer noch nicht tot. Ich lad hier gleich nochmal rein. So, jetzt. Wie viel hat er mir jetzt geklaut? Man weiß es nicht. Es war auch rot, ne? Oder? Ich glaube, anderes hatte ich jetzt nicht. Ich glaube, das ging so einigermaßen. Boah, scheißdrecksvieh. Gut, aber hier ist viel Farbe. Das ist ja alles okay. Ich habe jetzt... Also nochmal Gold. Die Mine habe ich... Alles ruhig, ja. Die Goldmine... ...habe ich... Sagt es mir. Aufgemacht, auf jeden Fall. Blau habe ich echt bis zum Ende nicht entdeckt. Egal, wie viel ich rumgeschaut habe. Und... Die Trollfarbe habe ich, glaube ich, eingesammelt. Also... Sie kam dann nicht mehr. Schön, dass hier so viel wächst. Hat sie nicht hier den Skorpion irgendwo? Ach nee, wir sind ja nicht bei... Doch, wir sind jetzt bei Ava im Garten. Ja, also... Was wollte ich jetzt gerade sagen? Oh, Leute. Ja, ich male euch gleich irgendwas hin. Da ging... Man konnte doch auch dieses eine Leuchte... Die waren doch alle tot, ne? Der Baum ist tot. Ja, der Baum ist tot. Der Baum... Mein Freund, der Baum ist tot. Wächst hier noch irgendwas? Also, ich habe jetzt Goldmine, wie gesagt, aufgemacht. Blau, keine Ahnung. Die grüne Trollfarbe habe ich, glaube ich, eingesammelt. Ja, es ist alles in Ordnung. Der Baum... Ja, genau. Also, das wollte ich nicht sagen. Blau habe ich, wie gesagt, nicht entdecken können. Boah, ey, hier müssen wir unbedingt irgendwas malen jetzt. Hier sind echt ziemlich viele. So, lass uns mal Körper gucken. Ja, das sieht doch nice aus. Dann können wir das erstmal gleich wieder voll machen hier. Und das können wir ruhig auch voll machen, weil das können wir ja auch verarbeiten. Und wir haben jetzt hier sogar blau gefunden. Das ist natürlich nice. Oh. Leute, wie war denn das? Lasst mich mal Journal gucken. Ähm, Glyphen. Man konnte doch so eine... Hast, Hülle, Fackel, Hülle, Hysterie. Es gab doch dieses... Köder. Diese Glyphe erschafft einen statischen Golem aus toten Wurzeln, der kleine Wesen aus den fernsten Ecken eines Reservats anzieht. Die Glyphe fordert viel Farbe und der Golem wird nicht lange leben. Ja gut, brauche ich eigentlich nicht zurück. Ich kann die ganz normale Donau, weil die sind ja fernsten Ecken. Die sind ja alle hier im Raum, wenn es mal aufhört zu hängen. Ich würde sagen, wir versuchen das mit normaler Donor, Glyphe. Sollte eigentlich doch funktionieren, oder nicht? Was haben wir denn hier? Was können wir denn geben? Violett eigentlich fast. So, jetzt komm, hier, da. So ist das Ding, da ist noch was. Komm, hier, hol dir das, die Farbe. Ja komm, da. Hol sie den noch, da ist noch was. Jetzt ist sie, da ist immer noch ein bisschen Farbe. Komm, hier, hin. Ja, ich würde sagen, das hat super funktioniert. Jetzt ist sie weg. Ha! Und wir haben alles leer geräumt. Das war, ähm, super. Super die Duper war das sogar. Wow, sogar Silber haben wir jetzt auch wieder einiges. Gold auch. Ey, jetzt, ey, wenn jetzt nicht der Pangolin. Ich meine, oh, oh, oh. Äh, ja gut, wir müssen erst mal alles verarbeiten. Oh. Aber das ist cool, dann kann ich mir sogar wieder auch ein bisschen blau ins Herzen malen. Aber jetzt verarbeiten wir erst mal das hier. Ähm, ja, und jetzt gehen wir erst mal hier raus wieder. Hier muss ich ja eh nicht mehr den Stacheln muss ich ja gar nicht mehr anmalen, weil logischerweise, ähm, da ist sogar noch ein Punkt drin. Ja, die Bäume sind ja eh alle tot. Das bringt uns ja nichts mehr. Ne, das hat sich ja erledigt. Aber schön. Das hat sich ja zumindest jetzt gelohnt. Das hat mich eben schon genervt mit dieser Mine, muss ich ganz ehrlich sagen. Speichern. So, jetzt haben wir hier noch voll rot. Genau, das war ja unsere, da ist auch ein bisschen Bernstein noch. Ähm, da ist ja unsere Mine. Und in dem Garten waren wir auch noch nicht, wenn es mich nicht täuscht. Und sie, ja, sie können wir ja füllen, genau. Und sie könnten wir eigentlich dann auch füllen mit Rot. Aber genau, sie gibt uns ja nur die frei. Wir müssen versuchen, sie eigentlich vollzufüllen. Lass mich in Ruhe, äh, Arsch, Arschkeks. Ja, das Pangolin, genau, das ist mir ja wurscht. Da hinten, das ist ja auch wieder neu drin, warum da jetzt auch Silber drin steht, schön. Ich würde mal sagen, genau, wir wollen jetzt nochmal grün ordentlich verarbeiten. Ähm, grün ordentlich und auch ein bisschen blau. Blau wollten wir ja eh ins Herzen machen. Ähm, dann können wir, äh, rot müssen wir aber eigentlich fast auch drin lassen. Genau, können wir einmal nämlich gut verarbeiten. Und da ist ja auch so viel Rot dann noch da drüben. So, und, äh, grün habe ich gesagt. Smaragd. Dann verarbeitet und, warte mal. Wir machen mal ein bisschen grün. Wir haben ja auch Smaragd. Äh, äh, grün ist Smaragd. Entschuldigung. Ähm, wir haben ja auch Bernstein. Grün, grün, grün verarbeiten. Und auch ein bisschen blau gleich rein, dann sind wir ein bisschen schneller. Aber ich brauche auch noch, ich muss daran denken, ich brauche auch noch Verteidigung für die Verteidigung. Halt, ne? Und bei ihr brauche ich ja eh wieder ewig viel. Ich habe ja erst gerade ein Herz gefüllt, das heißt, es sind wahrscheinlich 400. Ja, das kann ich ja eh nicht jetzt füllen. Aber ich kann es ja, oh, ich muss ja erstmal da hinlaufen. Ähm, das sind ja dann wieder, oh Gott, Leute. Habe ich überhaupt meine Stimme? Nehme ich die gar nicht gerade auf? Ja, wird schon so sein, oder? Ähm, ja, wir werden sie eh nicht ganz füllen können, denke ich. Aber dann nimm jetzt noch mal ein bisschen blau auch rein. Jetzt haben wir ja ein bisschen was. Dann sind wir gleich ein bisschen schneller. Aber halt, nee, nimm das blau weg. Das nehmen wir in der Kammer. Und wir nehmen mal ein bisschen Bernstein rein, dann kannst du mal ein bisschen umeindern. Umverarbeiten hier. So, so ist das doch ganz nice. Und jetzt gehen wir erst noch mal raus. Und laufen mal. Ja, wo wollte ich jetzt denn hier, ne? Ja. Oder holen wir erst, wir holen erst die Farbe da raus, die rote. Können wir noch ein bisschen mehr verarbeiten in der Zeit. So, das wächst, das wächst auch ganz schön runter. Okay, grün. Wieso? Ach, weil grün schon voll ist? Da habe ich jetzt nicht... Ja, dann müssen wir noch mal... Das ist natürlich doof. Dann gehen wir doch erst zu ihr. Sorry. Das habe ich jetzt nicht. Können wir jetzt noch mal kurz gucken. Ach so, jetzt müssen wir noch... Ich habe ja nur noch 90 frei. Okay. Ja, dann machen wir das halt noch mal. Ähm, 90 habe ich frei. Ach, hier sind 50, warte mal. 25. 50. Äh, 50. Dann machen wir das noch voll. Dann haben wir 75. 90. Dann müssen wir da hier auch was nehmen. 75. Äh, ist zu viel. So, irgendwie. Sollte passen. Genau. Und dann noch hier jetzt rein. So. Dann gehen wir jetzt nämlich erst zu ihr. Und wir können ja danach noch was umändern. Aber naja, gut. So, halt erstmal laufen jetzt. Super. Ja, bleib nicht stehen auf dem Laufen. Geh einfach jetzt. Zeig mir nochmal schnell den Körper. Okay, das ist alles verarbeitet. Dann kannst du das wieder rausnehmen. Und dann füll dich nochmal mit Rot. So. Genau, 183. Das passt doch. Sehr schön. Rein, rein, rein. Ah, ich bin gleich hier. Äh, wie praktisch ist das denn? Ich liebe das Spiel. Okay, äh, das ist nice. Da muss ich nicht nochmal den ganzen Weg gehen. Das ist sehr cool. Meine Liebe. Du schaust mich gar nicht an diesmal. Sehe ich das richtig? Jetzt hast du mich. Hi. Hier bin ich. Ich bin da, um dich zu retten. Ich bin dein Retter. Ich, ich... Ich liebe dich. Ist es zu früh, wenn ich das sage? Ich, ähm... Liebe dich. Ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich so sehr, mein Kind. Ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich einfach nur. Ich möchte dich retten, weil ich dich liebe. Und weil ich dich retten will. Und oh mein Gott. Schau mich nicht so an. Ich liebe dich. Ich muss dich retten. So, ähm... Können wir nochmal Körper gucken? Rot können wir ja eigentlich drin... Ach nein. Wäre vielleicht nicht so nice. Nimm das mal raus. Wenn ich kann... Ach nee, ich kann das gar nicht mehr komplett rausnehmen, ne? Obwohl... Doch, müsste sogar noch gehen. Du hast nicht genügend Farbe in dir. Wenn du die Kammer verlässt, wirst du sterben. Wir packen jetzt voll Gold hier rein. Wir vertrauen und so. So, und noch Violett ist doch schön. Und jetzt, meine liebe Schlafzimmerblick-Dame. Ähm, wenn es nicht mehr hängt, dann fülle ich dich jetzt hier. Vielleicht sagst du mir dann noch irgendwas. Na? Kriegen wir es noch heute hin? Trinke ich noch was? Aber ich trinke vielleicht von hier. Bist du eine arme Zocke? Bist du eine arme Zocke? Aber nicht mehr lange, weil ich werde dich retten. Ich bin der Retter der Herzen. Für dich, mein Kind. So. Gib mir mal... ... ... ... ... ... ... ... Violett. Warum haben wir da wieder nur zwei? Ach so, weil ich da ja Minen aufgeschossen habe. Oh Gott, und hier ist dieses scheiß Beil. Sie tut mir so leid, ich will sie retten. Ja, auch 400, ne? Dann ist ja okay, dann ist das zweite Herz echt 400. Ja, das kriegen wir ja eh nicht voll. Aber man kann es ja wenigstens mal versuchen. Oh Gott, diese Arme. Haben wir sie schon in der Runde alle Sätze sprechen lassen? Na, ich fühle sie jetzt trotzdem mal, weil es braucht ja kein anderer Smaragd jetzt von da oben. Weil wir wollen ja eigentlich zur Ohle anscheinend, also laut Spiel. Das Spiel will zur Ohle. Oh mein Gott. Oh, es ist schrecklich. Diese schönen Brüste werden irgendwann an zwei Körpern sitzen. Nur, dass die zwei Körper nicht mehr leben werden, weil sie von allem durchtrennt wurden. Sie scheint es aber trotzdem zu genießen. Das, ähm, da habe ich bedenken. Achso, wie viel, da haben wir jetzt schon 200. Ne, komm, wir hauen den Rest noch raus. Wir haben ja auch noch Smaragd. Aber das finde ich cool, dass mich das Spiel jetzt echt da unten hingesetzt hat und ich den ganzen Weg nicht nochmal laufen muss. Da fehlt uns also noch, ja, 150 ungefähr. Ja, ja, das kleine Pups blau lasse ich jetzt noch drin, das hat eh keinen Zweck. Ja, okay. Gut, zurück. Anscheinend soll das ja mit Gold auch geholfen haben. Ja, gut, ähm, anders füllen auf jeden Fall. Du hast nicht genügend Farbe in dir. Ja, Pupu können wir jetzt da ab... Wenn du die Kammer verlässt, wirst du sterben. Wir füllen uns mit Pupu, da können wir ja auch die andere dann noch füllen. 47, äh, das heißt 150 ungefähr sogar. Ja, da sammeln wir jetzt auch so viel ein, das heißt, wir sollten hier echt mal ein bisschen verarbeiten. Sonst passt das hier alles nicht rein. So, gut. Oder das ist nur eine Mine, ich weiß gar nicht, das Gartenmine, hatten wir die schon geöffnet, ne? Ja. Mein Kind, lass nicht hängen jetzt hier. Ich lass dich nicht hängen, das Spiel hängt nur. Ha, 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 ich bin bald wieder bei dir. Ja. Ja. Ich lass nicht nur hier weiter. Untertitelung des ZDF, 2020